das war meine letzten worte mit jd tv jd wie bist du wie bist du auf den namen deines kanals gekommen hat da irgendeine bestimmte bedeutung für dich ich habe meinen film gesehen da kam der name drin vor und den fand ich gut da hat meinen anderen namen ersetzt und seitdem habe ich den auch schon relativ lange tatsächlich den anderen namen ersetzt was war denn der andere name ja beyonder angel da war ich halt so mit zwölf hat man sich solche namen halt aus und was war dein erstes videospiel kannst du dich noch daran erinnern also das erste online war warcraft und das allererste spiel am computer an sich ach diese minesweeper und so ne das hat man alles mitgenommen womit noch mit diskette und so die hat mir letztens auch schon in der sendung diese großen disketten in den kommandoren hinten rein ja ja genau genau die aber warcraft als online online gehen hast du dann auch wohl also hast du vor kraft hast du gespielt nein nur warcraft ja nein ich habe real-life freunde meine freunde also warcraft aber kein world of war ist doch nicht verrückt wirklich sie ist doch nicht das habe ich auch nur kurz gespielt weil dann ging ich direkt rüber zu ego shooter was war was hast du da gezockt metal of honor spearhead alter das ist die gute alte zeit man beste da kommt auch nichts drüber ich nicht erst der ego schufe alter nicht doch nicht alter darf ich da habe das weiter war ich so glücklich als ich meinen ersten pc hatte ich weiß gar nicht mit einer 350 die oder so oder ich weiß nicht was da drin war keine ahnung ja da war ich so glücklich alter und dann gibt ihm ja dann gibt counter-strike inzwischen aber früher nicht also ab und zu sprich ja auch cisco aber ja semi optimal wir haben hier ja ein paar daten während er sich die daten anschaut was war denn hoffentlich nicht counter-strike was war denn das verrückteste was jemals gemacht hast das ist eine gute frage also ich würde sagen maximal zwei sachen würde ich sagen einmal so verrückt ist es eigentlich gar nicht aber mein junggesellenabstieg im hello kitty anzug über die reeperbahn laufen zu müssen komplett pink und damals ich habe ja vier jahre formationstanz gemacht ja und ziemlich verrückt war damals zu erfahren dann war man auf dem turnier und plötzlich gehen alle duschen und alle gehen aber in eine dusche sammelduschen also alle gemischt frauen männer andere teams völlig egal da brauchte man eine gewisse überwindung um diesen schritt auch zu gehen das war schon ich fand das verrückte angelegenheit auf jeden fall unisex duschen ja das gibt es bei formationstanz nicht also irgendwas getrenntes dane alles zusammen okay egal auch große duschen waren ich kenne das ich kenne das auch woanders her nee das klingt jetzt falsch nein stopp nein nein ich meine hier wisst ihr ich bin immer ich war ich war in in deutschland war ich immer hier saunagänger ich war immer also nicht jetzt kommt mir nicht mit saunaglubs saunagänger mit schwimmbadlandschaft aber da war das auch unisex so ja aber dann bist du ja sowieso schon nagelig in der sauna so deswegen mein also wir gehen jeden morgen zusammen duschen wenn wir gerade auch so ein bisschen bei verrückt sein sind gibt es irgendwie irgendwas was vielleicht auch deinen freunden auf den nerven geht also so eine eigenschaft was du hast zähne knirschen laut pupsen aber gestern bei toro gehört dass er das gerne macht ja gibt es irgendwas ja dass ich gerne leute wenn also wenn leute was falsch gemacht habe dass ich trotzdem versuche für die leute ist irgendwie zu rechtfertigen manchmal also öfters ja ich versuche schnell mal das gute zu sehen obwohl man eigentlich schon verkackt hat und das gibt manchen dann schon auch auf die nerven aber das ist gut ich finde das gut heutzutage wird immer nur geguckt wo ist der fehler es wird viel zu selten wie hat gorg in unserer sendung gesagt es wird viel zu selten wenn viel scheiße ist wird viel zu selten das gute gesucht ja es wird immer reingehämmert ist auch richtig eigenschaften gibt es gibt es vielleicht auch eine eigenschaft wo du sagst die gefällt also das ist meine das macht mich aus als person ich würde sagen dass ich ziemlich strukturiert und organisiert bin also zumindest also in meinem tun manchmal also in der rp sinne nicht beim stream aber ansonsten leben bin ich ziemlich strukturiert und organisiert klingt fast wie eine bewerbungsgespräche nennen sie mal bitte ihre wann wollen sie bei uns anfangen manchmal ist ja das gleiche bei mir sage ich immer ist das labern das kann meine stärke aber auch meine schwäche zugleich sein ja am ende des tages fallen trotzdem mal darauf rein so jd ja wenn du die chance hättest mit einem mit einem mit einem kollegen aus der internet produktionswelt also streamer youtuber mein käffchen trinken zu gehen wer wäre das und warum gronk ja gronk würde ich sagen mit mir zu oft genannt in dieser sendung kriegen wir geld von gronk für dieses für diese krieg immer schaut aus für gronk ok gronk ja gronk also nur gronk also ich muss gestehen so youtube also youtube gucke ich so gut wie gar nicht und twitch also man selber so viel stream und stream hat relativ viel auch neben beruf und meinem privatleben und ich habe halt auch kaum zeit irgendwie zu gucken und so viele kenne ich gar nicht außer so die üblichen verdächtigen mit dem man selber zu tun hat oder halt die rp szene so ein bisschen ja aber gronk kennt man halt und das finde ich das schon interessant aber der ist ja auch auf youtube ja der macht auch videos ist das ist das nicht sogar so youtube hat er ja damit damit ist es ja so oder ist hat die also wüssten kommt mal zu gast haben um das zu fragen aber aber der meldet sich auch nicht ging ja ok gronk das ist nein den haben wir gar nicht angestrengt so viel kaffee kann der in der sendung gar nicht trinken wenn wir die ganzen gäste hinzuschalten die mir kommt der kommt ja kaffee trinken wollen ja ok ja also gronk sagen sehr viele gronk muss man sagen also wirklich sehr viele deiner kolleginnen und kollegen sagen gronk ja nehmen wir aber jetzt mal an du würdest irgendwie verschippt werden auf der einsamen insel und dürftest keine menschen mitnehmen scheiße das wäre meine erste frage sondern nur drei gegenstände welche wären das und warum habe ich internet wie auf eine einsame insel ist eine einsame insel hast du nicht den film von tom hanks gesehen du hast einen volleyball du hast ein kamerateam dabei was den film drehen kann nein quatsch nix nur eine insel nur eine insel die noch unerforscht ist vielleicht gibt es da ja irgendwo internet das weiß man aber noch nicht vielleicht auch nicht also du hast die möglichkeit jetzt zu überlegen ob du den lte stick einpacken willst damit ein slot belegen willst und mal schauen du kannst dann schauen ob es klappt oder ja gut dann computer ja ich glaube ein computer das würde mir echt langweilig würde mir vor ein paar spiele installieren lassen wir das geld ist das nur der computer weil ohne bildschirm und so wird schwierig das hält nicht in einem die frage ist auch wie du strom generiert für den computer das wird jetzt sehr spannend ich kugel dass dieses ding wo man daran weißt du wo man dran steht und das macht musik am ende aber okay ich habe ja zwei mehr schwein schön vielleicht nimmst du noch einen hamster mit oder so dann hätte ich ein freund auf wenn sie aber da gibt es bestimmt auch tiere ja vielleicht die ist ja einsam das ist ja gut ja gut also wir haben dann bekommen wir machen dass wir machen das jetzt fair und sagen dein setup darfst du mitnehmen ja was immer machst du jeden streamer das erzählt platt und bei ihr lässt das jetzt nicht habe ich habe auch schon mal durchgehen lassen bei jemand anderem okay nur den pc wir brauchen jetzt die wir brauchen jetzt die ultimativen wir brauchen jetzt die ultimativen drei gegenstände ja noch zwei genau war mein setup habe ich ja schon mit dabei sie setzt sich da jetzt knallhart durch ja wir lassen es gelten mein ebook nämlich mit damit man nicht langweilig wird dann kann ich wegen uns nicht lesen und kann ich eine tasche vollpacken mit sachen also weil die tasche ist ja ein gegenstandespekt gewieft gewieft ja gewieft ich nehme noch eine gepackte tasche mit ich habe ich habe schon ich habe schon weißt du das set ab gesagt und jetzt willst du es zur spitze treiben okay ich nehme noch messer mit messer ja das ist ein super das ist eine spannende kombination ein set up das sitzt sie da also mit einem pc set up auf der insel und kurbelt mit einem ebook damit sie dann auch darüber nachlesen kann wie man dieses set up ohne strom hätte betreiben können ja und dann messer wenn alles nicht klappt dann ja dann geht sie einfach durch die einsame insel durch und sucht irgendwas anderes da sucht sie das internet das internet auf der einzelnen insel stream seit 2015 diese überleitung ja und du hast das stimmt nicht du hast seit dem du hast seit dem 11 januar 2015 dein kanal steht hier ja dieser redakteur wahnsinn ja wann hast du das erste mal gestreamt und wie hat das alles angefangen im februar das war mit der damaligen wir waren glaube ich zu dritt und haben den kanal sozusagen zusammen gemacht wir wollten eigentlich immer so dass er durchgehend im content zeigt mit league of legends damals mit der community die ich hatte haben wir das auch halt aufgezogen crowd control nannte sich das komplett auf league of legends und dann haben wir zusammen angefangen und irgendwann schwappte das immer mehr ab und ich habe das halt komplett übernommen du hast dann alles übernommen genau die hat dann irgendwann keinen bock mehr mein jetziger mann sagte so schön titten bonus und das hat den auch nicht mehr so für es immer hieß wann sind die frauen da so ungefähr und dann ja war die motivation bei den anderen irgendwann immer geringer und ich hab's dann allein gemacht aber es läuft ja auch ja 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 zum glück hast du die anderen drei los wollte ich wollte ich wollte gerade sagen so ich wollte ich wollte nicht sagen dass du die anderen zum glück los geworden also ja es ist auch spannend du arbeitest ja ich hab das richtig ja du arbeitest mit kindern zusammen oder ja kinder und jugendlichen genau in der psychiatrie und die sind doch die sind doch wir sind die auch oft wird unterwegs kriegt man das somit hatte schon mal ein kind bei mir im chat ja aber aber also ich freue mich wenn sie mich nicht finden also das ist ja nichts schlimmes aber das ist halt schon auch ja es ist dann doch ein bisschen komisch aber auch zwei welten aufeinander so bisher definitiv die wissen auch nicht dass ich zocke auf arbeit also meine arbeitskollegen kollegen schon aber kinder nicht wenn es dann um spiele geht und dann fragen zocken sie nein doch vielleicht schon aber so welche spiele und so das lasse ich komplett außen vor oder twitch tisch sowieso ja ja krass ja und das ist das also das was du dort macht machst hast du auch gelernt oder hast du vor dem stream noch was komplett anderes auch gemacht also was was beruflicher werdegang so was hast du gelernt beruflich habe ich gesundheit und krankenpflegerin gelernt habe das erste jahr auf kardiologie auf der kardiologie gearbeitet und dann bin ich relativ schnell halt rüber in den kinder und jungen psychiatrie ja und seitdem hänge ich da fest warum der wechsel so also was 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 warum kardiologie war dazu war jetzt so langweilig oder ich wollte schon immer also früher wollte ich immer kinderkrankenschwester werden oder erzieherin damals dass man mit krankenschwester ja auch kinderkrankenschwester machen kann dabei ist es andersrum und da habe ich eine ausbildung praktikum gemacht in dem bereich und hatte dann halt bei der übernahme direkt gesagt da will ich hin und dann hat sich das zum glück auch ergeben ist für dich stream frag so rum ist für dich denn stream für viele ist das ja auch schon mal ja anstrengend für manche ist es sogar ein job ja du machst das so ein bisschen nebenbei oder wenn ich das richtig verstanden habe du bist du hast auf der auf der arbeit zurückgefahren das heißt du machst es so ein bisschen vielleicht auch teilzeit ja ist es ist denn ist denn stream dann gerade bei so einem anstrengenden job also ich kann mir das vorstellen über zehn habe ich der vorbereitung der sendung gesagt zehn jahre notfallmedizin rettungsdienst und so das ist ja auch sehr anstrengend ist für dich denn stream ist das so entspannung kopffrei kriegen oder ist es doch vielleicht weil es jetzt 25 prozent arbeit ist auch mal ja eher als arbeit für dich anzusehen wie machst du das also grundsätzlich ist es für mich auf jeden fall eine entspannung es gibt auch mal situation da fühlt man sich wie auf der arbeit aber es hat jetzt nichts mit dem chat oder so zu tun sondern mit der gesamtsituation manchmal in der rp szene und manche also ich glaube manchmal wird man sich eher mal frei nehmen aber macht man dann nicht weil man natürlich auch den hintergedanken hat ich mache es auch beruflich und ich muss den konten bieten und das kennen alle deswegen macht man auch keine pause so ja ja das ist also das heißt du du planst auch deine streams also die leute wissen wann sie einschalten können immer genau also ich habe aber dadurch dass im schichtdienst arbeit sind es mal unterschiedliche zeiten und dann gibt es immer jede woche für ein bis zwei wochen festen plan wann ich live gehe okay und die leute richten sich danach hast du wann du dann da bist oder hast du das gefühl wenn ich frühdienst habe abends sind mehr leute da oder ist es so dass wir du früh morgens was machst das hast du schon so für dich eine zeit herauskristallisiert wo du eigentlich siehst da läuft eigentlich am besten also inzwischen ist es ziemlich konstant ok und wenn ich jetzt früh am nachmittag anfangen dann ist meistens ein bisschen mehr also ein bisschen mehr los als wenn ich jetzt nach dem spätdienst um halb elf anfangen ja also dass da gibt es schon auch einen kleinen unterschied aber der ist nicht so riesig ja zumindest inzwischen früher war das noch mal anders sag mal vor einem halben jahr da war ganz klar wenn ich nachmittags anfangen waren die zeiten ganz ganz anders als oder war viel mehr los als abends da war ein größerer unterschied gemacht hast du vielleicht irgendein ritual was du vor den streams machst machst du so weil du hast ja gesagt du machst auch viel theater da tut man sich ja vielleicht auch ein bisschen vorbereiten auf die auf die bühne machst du irgendwas auch beim stream oder sagst du nö let's go also warm up mache ich jetzt nicht wie beim theater aber ich gehe immer eine halbe stunde bevor der live ticker an geduschen und dann mache ich immer 15 minuten diesen drunter was ihr auch hatte diesen timer an und dann gehe ich auf klo schminkt mich weil ich mich ja nicht doll also viel aber schminkt mich nach die haare und dann setze ich mich hin gab es so momente wo du dann auch schon mal vielleicht gesagt hast das ein oder andere das vielleicht gebe ich das auf also vielleicht auf der einen seite des stream so das geht vielleicht doch nicht oder ist mir zu viel oder vielleicht auf der anderen seite das du gesagt hast ach weiß ich nicht vielleicht doch irgendwie full time stream probieren und den job aufgeben weil es reicht so gibt so momente oder gab es die also es gab bei dem punkt wo ich gesagt habe ich reduziere auf der arbeit weil es zu viel wird und hatte dann hat geguckt so okay wenn das jetzt nicht so müssen also man braucht eine bestimmte ja eine höhe wo man sagt okay das kann man sich dann auch leisten man hat ja ein lebensstandard den hatte ich dann und hab halt reduziert es ist halt immer wieder der punkt wo man gucken muss okay muss ich wieder auf vollzeit in meinem richtigen beruf gehen oder nicht und klar wird es die möglichkeit geben würde ich auch theoretisch weiter reduzieren aber auf meiner arbeit wobei ich dann nie glaube ich komplett aufhören würde weil mir die arbeit auch einfach spaß macht aber ich hätte schon oder würde nichts dagegen haben wenn ich jetzt noch mehr stream könnte so weil das macht mir halt auch sehr sehr viel spaß ist noch mal ein unterschied glaube ich wie wenn sie jetzt entscheidet okay ich mache mich jetzt zu 100 prozent selbstständig alleine bin ich bin mein eigener boss aber damit liegt auch alle last bei mir ja wir haben ein team so weißt du bei uns ist die planung auf mehrere angestellte ausgelegt also es ist was anderes ist ein unterschied so ja noch mal ich glaube aber ja es geht ja manchmal doch um zahlen ja ja also viele stellen sich das mal so einfach vor die hat der fünf oder zags war macht ihr das nicht hauptberuflich so aber viele vergessen was da alles hinter stecken sobald man selbstständig ist muss man die erkrankenversicherung selber zahlen und sozialversicherung arbeitslos weiß was ich nicht was alles zukommt und da bleibt nicht mehr viel dann übrig so und man hat die miete zu zahlen was ich nicht alles das ist nicht mal eben ich mache mich selbstständig und auch ich habe jetzt mal 500 zaps ich mache das da gehört einfach noch viel mehr dazu